Das Beste oder nichts. Trifft das auch auf moderne Mercedes dazu? Das finden wir heute mal heraus anhand dieses Mercedes C200 Blutec als T-Modell. Das ist übrigens das erste Fahrzeug, welches sich hier beim DART Autohus filmen kann. Dahin schon mal vielen Dank. Aber jetzt lasst uns erstmal schauen, was der neue Benz so kann. Die aktuelle C-Klasse der Generation W205 wird seit 2014 angeboten. Es gibt sie wie immer als Limousine, als T-Modell, als Coupé sowie als Cabrio. In diesem Jahr steht dann das erste große Facelift für die Mercedes C-Klasse an. Im Design ist die neue C-Klasse ein großer Schritt zu einem jüngeren Markendesign. Wir haben hier die AMG-Line, die natürlich nochmal deutlich auffällt durch diese großen Lufteinlässe hier, die aber nicht wirklich offen sind. Das sind zum großen Teil Fake-Blenden, aber es sieht ganz cool aus. Wir haben zudem auch schöne Scheinwerfer. Wir haben hier auch die Version mit LED und sogar dem ILS-Lichtsystem. Wir haben also verschiedene Lichtoptiken für Landstraße, für Autobahn und dergleichen. Auch die Seitenansicht der C-Klasse wirkt richtig modern. Wir haben hier diese beiden gegensätzlichen Linien, diese eine abfallende Linie und diese ansteigende Linie hier unten. Das wirkt nochmal richtig modern und richtig cool, gerade beim T-Modell. Wir haben das T-Modell übrigens hier in Polarweiß. Polarweiß ist neben Schwarz Uni ebenfalls aufpreisfrei zu haben. Auf der Basisausstattung der C-Klasse bauen übrigens die drei Linien einmal Avantgarde, Exklusiv und die AMG-Line auf. Hier am Heck fallen natürlich sofort diese beiden Endrohre auf, hier unten, die schön in Chrom ausgeführt sind und natürlich von der AMG-Line stammen. Leider sind das aber nur Attrappen und keine echten Endrohre. Keine Attrappen sind aber diese schönen Rückleuchten hier. Die sind zweiteilig, einmal außen, einmal in der Heckklappe und werden in der Mitte durch diese schöne Chromleiste verbunden. Die C-Klasse gibt es mit Benzinmotoren von 129 PS bis hoch zu 510 PS. Das natürlich dann im C63 S AMG. Bei den Dieseln ist die Spanne etwas kürzer, da reicht die von 116 PS bis zu 245 PS. Das ist dann die Systemleistung des 300H. Unter unserer Haube hier schlägt aber ein französisches Herz, denn dieser Dieselmotor hier, der C200 Blutec, ist ein Renault Triebwerk. Das sollte Sache erstmal keinen Abbruch tun. Ihr findet den Motor aktuell im Konfigurator als 200D. Der Motor hier ist übrigens ein leichter Etikettenschwindel. Wir haben natürlich keinen 2 Liter, wie die Modellebezeichnung vermuten mag, sondern wir haben einen 1,6 Liter Dieselmotor. Das ist aber nur so, wenn ihr, wie in diesem Fall, das 6-Gang-Schaltgetriebe habt. Wenn ihr die Automatik wählt, die 9-Gang-Automatik, dann habt ihr einen größeren 2,2 Liter Dieselmotor. Aber los geht's zu den Daten des Motors. Wir haben ein maximales Drehmoment von 300 Nm. Dieses wird in unserem Fall komplett an die Hinterräder geschickt. Ihr erreicht die Grenze von 100 kmh nach 10,1 Sekunden und die maximale Geschwindigkeit ist bei 214 kmh erreicht. Laut Werksangabe soll sich der Motor dabei nur 4,4 Liter auf 100 km genehmigen und stößt damit 111 Gramm pro Kilometer CO2 aus. Natürlich erfüllt der Motor die Euro 6-Abgasnorm. So, es ist kalt draußen, aber nicht nur aus diesem Grund schauen wir uns die C-Klasse jetzt mal von drinnen an. So, wir haben hier eine schöne Ausstattung mit Ledersitzen. Die werdet ihr gleich nochmal genauer sehen. Aber wir steigen jetzt erstmal ein. Man steigt ein bisschen ab in die C-Klasse. Klar, wir haben einen Kombi, kein SUV. Die Tür, ja, da muss man sich schon ein bisschen rauslehnen. Aber die ist ganz leicht zu schließen. Ist sogar leichter als gedacht, die Tür. Ich freue mich heute besonders, denn einen modernen Mercedes konnte ich euch in einem Review bisher überhaupt noch nicht zeigen. So, das ist jetzt die neue C-Klasse oder die aktuelle C-Klasse. Klar, die ist schon knappe vier Jahre bald auf dem Markt. Wir haben aber immer noch eine sehr schöne Qualität im Innenraum. Ihr seht das gleich nochmal genauer, wenn ich euch mit in den Innenraum nehme. Von der Seite seht ihr aber schon mal diese großen Klavierlackblenden hier in der Mitte. Die ziehen natürlich so ein bisschen die Fingerabdrücke an. Sie sehen aber sehr schön aus. Wir haben ja hier das Schaltgetriebe, was natürlich relativ selten ist in einem Mercedes. Daher ist der Mercedes oder der Innenraum des Mercedes auch eher auf dem Automatikgetriebe ausgelegt. Denn wenn ihr nämlich die Automatik habt, habt ihr natürlich hier den W-Hebel am Lenkrad. Dadurch habt ihr dann auch eine längere Mittelkonsole. Die Mittelkonsole ist dann nämlich von hier oben bis hier unten ein komplettes Stück und ist ganz schwungvoll eingebaut. Ist natürlich hier nicht der Fall. Trotzdem, Oberflächenqualität ist sehr gut. Wir haben hier schöne Edelstahlbänden. Naja, das wird Kunststoff sein, aber es sieht schön aus auf jeden Fall. Hier unten auch nochmal so eine Art Alublende. Dann natürlich immer dieses Klavierlack hier in der Mitte. Dann haben wir natürlich hier oben auch sehr schön aufgeschäumt. Das sieht sogar aus wie Leder. Wird so eine Art Kunstleder sein, was hier drauf ist. Sieht auch richtig schön aus. Und ein schönes AMG-Lenkrad unten abgeflacht. Und an der Seite so eine schöne Daumenauflage auch. Und die Griffflächen sind nochmal perforiert. So, dann schauen wir uns den Innenraum aber mal komplett an. Hier an der linken Seite haben wir natürlich die Türblenden. Auch alles schön aufgeschäumt hier oben. Auch mit dieser Kunstledervariante. Hier auch das schöne angedeutete Aluminium. Da vorne auch richtig schön gemacht. Wenn nicht dieses Design von dem Burmester-Sauron-System, was wir hier eingebaut haben. Richtig schön. Wir haben in der Seite hier auch die Sitzheizung eingebaut. Die ist nicht wie bei anderen Fahrzeugen. In der Klimatronik bei Mercedes ist die jetzt immer an der Türblende. Und natürlich auch der Türgriff. Auch schön mit Aluminium gemacht. Darunter sind die Tasten zum Bariegeln des Fahrzeuges. Und hier finden wir zum Beispiel die Fensterheber für den Wagen. Und auch natürlich die Spiegelverstellung. Und die hinteren Fenster kann man auch sperren. Gut, Ablagen schauen wir uns später an. Wir haben hier unten einen Lichtschalter, der natürlich ganz normal funktioniert. Wir haben hier eine Lichtautomatik, natürlich. Hier kann man die Instrumentenbeleuchtung zum Beispiel regeln. Also alles ganz normal. Darüber haben wir einen Parktickethalter. Der ist normalerweise nicht da. Wenn ihr ein paar mehr Assistenzsysteme habt, dann können wir die nämlich hier bedienen. Gut, Lenkrad habe ich euch eben schon versprochen von der Seite. Hier nochmal in die Draufsicht direkt. Wir haben ein schönes abgeflachtes Sportlenkrad. Wir haben hier auch so eine Chrom-Applikation, so eine Aluminium-Optik. Ja, natürlich haben wir auch Multifunktionen. Auf der linken Seite steuern wir den Bordcomputer. Und auf der rechten Seite steuern wir komplett das Multimeter-System. So, um euch ein paar Funktionen zeigen zu können. Natürlich, hier ist der Schlüssel. Das ist der ganz klassische Mercedes-Schlüssel. Den habt ihr aber schon mal gesehen. Zum Beispiel im Review zur Mercedes SL. Der sah ähnlich aus. So, wir treten natürlich die Kupplung. Wir haben hier einen Schalter. Dann einmal ins Zündschloss rein. Und einmal drehen. Wir fahren gleich fort natürlich einmal hier mit dem Kombi-Instrument. Auf der linken Seite haben wir natürlich den Tacho. Wie ihr ihn kennt, der ist bis 260. Im Tacho unten haben wir so eine kleine Leuchtdioden-Anzeige für den Tankinhalt. Auf der rechten Seite haben wir den Drehzahlmesser. Der geht bis 6000 Touren. Bei knappen 5000 fängt der rote Bereich an. Darunter haben wir die Anzeige für die Kühlwassertemperatur. In der Mitte haben wir ein großes Display. Das ist quasi hochkant. Das ist so groß wie ein Handy-Display. Oder vielleicht ein bisschen kleiner. Ist aber schon ganz schön gemacht. Können wir, wie gesagt, bedienen mit der linken Seite des Multifunktions-Lenkrades. Da können wir zum Beispiel einmal hier ins Menü gehen. Da können wir hier Reisedaten abrufen. Wir können das Navi abrufen. Wir können uns anschauen, wie ich eine Radiosender drin habe. Wir können Medien darüber steuern. Und wir können das Telefon steuern. Wir haben eine Assistenzgrafik für die Assistenzsysteme. Und wir haben die Serviceanzeige. Natürlich auch die Einstellungen. Das kann man das hierüber machen. Ich gehe mal beispielhaft hier in Reise rein. Reise beinhaltet zum Beispiel hier, wie ich eben schon meine Anzeige hatte. Die Gefahr an der Geschwindigkeit. Wir können einmal runter tippen. Da haben wir den Gesamtkilometerstand von 181.000 Kilometern. Habt ihr das geglaubt, wo ihr den Innenraum gesehen habt? Ich zeige es euch gleich nochmal genauer. Ich habe es nicht geglaubt. Natürlich hier die Reichweitenanzeige mit so einer Ökobilanz darunter. Hier auch nochmal so eine Eko-Anzeige. Da kriegt man quasi Bonus-Kilometer, wenn man eben spritsparend fährt. Und alles Weitere doch hier als Bordcomputer. Genauso eben auch hier die Navi-Ansicht. Da haben wir jetzt bisher nur so eine Art Kompass drin. Wir fahren Richtung Nordwesten, wenn wir gerade ausfahren würden. Ist aber jetzt nichts Besonderes. Da zeigt er euch natürlich noch Pfeile an oder dergleichen. Gut. Radio. Welchen Radiosender haben wir drin? Das können wir hierüber einmal abrufen. Genau. Hier können wir auch einen anderen Radiosender wählen. Gut. Und alles Weitere. Ihr kennt das. Medien zum Beispiel. Telefon. Assistenzgrafik. Interessiert mich selbst mal. Aha. Okay. Das ist quasi dieser Lane Assist. Hier ist so ein Attention Assist. Genau. Das ist ja der Demütigkeitswarner. Okay. Gut. Das sind wir da mit. Wir gehen ins Menü. Ich gehe in meine Lieblingsansicht, Reise und lasse mir die Geschwindigkeit anzeigen. Darüber haben wir übrigens natürlich nochmal den Komfortmodus. Das ist C. Das kleine C, was ihr oben seht. Und wir haben die Einparkhilfe für vorne. Das hat ja Mercedes nun immer mit so einer kleinen Leiste gehabt, oben, die auf dem Cockpit drauf saß. Das ist jetzt hier im Kombi-Instrument mit drin. Gut. Wir haben natürlich bei Mercedes nur einen Hebel an der Seite. Das ist hier der Multifunktionshebel. Wir haben keinen extra Wischerhebel. Das kennt er von Mercedes aber nicht anders. Wir haben normalerweise hier noch einen Hebel. Der ist nicht da. Da wäre nämlich der Tempomat. So. Wir gehen aber mal in die Mitte. Denn wir haben hier das kleine Navigationssystem. Mercedes arbeitet nämlich da mit Garmin zusammen. Wir haben hier ein Garmin-Navi. Ansonsten ist das das normale Audiosystem mit einem großen Bildschirm. Das lässt sich bedienen, indem wir hier dieses zentrale Steuerrad nehmen. Das ist einmal verdeckt von dem Touchpad, was der Wagen hier drin hat. Das kann man auch gegen Aufpreis bestellen. Da kann man zum Beispiel Navizile mit eingeben. Darunter haben wir hier aber so einen Drehschalter quasi. Da könnt ihr jetzt die Radiosender mit verstellen. Oder alles andere bedienen auch. Da drüber eine Zurück-Taste. Und auf dieser Seite nochmal so eine Favoriten-Taste. Da kann man sich eben einen Favoriten ablegen, was man denn am liebsten da bedienen möchte mit. Gut, wir schauen uns das Ganze aber mal an. Ich zoome mich mal ein bisschen ran. Wir gehen einmal mal zurück. Und haben hier dann quasi die Auswahl von allen möglichen Medien hier oben. Wir können einmal in die Navigation gehen. Damit starten wir am besten mal. Wie gesagt, das ist eine Garmin-Lösung. Das ist nicht das große Command. Das große Command ist natürlich noch ein bisschen schöner, gestochen, schärfer. Wir haben einen größeren Monitor natürlich. Wir haben hier, ich sag mal, die günstigere Variante. Die bringt euch aber auch ins Ziel. Wir haben hier die Karte zum Beispiel, die in diesem Moment geladen wird. Ich würde euch aber, wenn ihr Technik verliebt seid, lieber das große Command empfehlen. Gut, wir gehen mal wieder zurück. Und haben wieder das Menü hier quasi. Wir gehen ins Radio einmal rein. Ich mache das Radio auch mal an. Wir machen mal die Lautstärke an. Ja, ich muss erst mal einen Radiosinn ersuchen. Eben deswegen der Sprung im Bild, der gerade keine Nachrichten oder keine Werbung gespielt hat. Ich finde das Soundsystem richtig schön. Wir haben ein Burmester-Soundsystem. Hier hat einen richtig guten Klang. Wie ich finde, das hören wir beim Fahren später aber noch mal mehr. Ja, gut, wir gehen wieder ins Menü. Dazu einmal nach oben kippen. Dann haben wir hier Medien. Da können wir natürlich euer Telefon verbinden. Wir können ein Gerät über USB verbinden. Das ist alles möglich. Gut, wir gehen wieder nach oben. Telefon natürlich, ganz klar. Wir können das Handy hier verbinden. Und auch bei Bluetooth telefonieren. Ganz einfach. Da bin ich jetzt mal gespannt. Gut, na klar, wir müssen natürlich ein Gerät verbinden. Sonst könnte man natürlich hier auch eine Nummer eingeben. Zum Beispiel über das Touchback. Das seht ihr hier an dieser Seite. So, gut. Wir gehen in die Fahrzeugeinstellung. Da kann man hier eine Menge einstellen. Wir können zum Beispiel anfangen mit Agility Select. Das ist der Fahrmodi-Schalter in diesem Fahrzeug. Wir haben hier aktuell den Komfort-Modus. Habt ihr auch eben im Kombi-Instrument schon gesehen. Wir können hier den Motor auf Komfort stellen. Wir haben die Lenkung auf Komfort. Wir haben das Start-Stop-System angestellt. Und die Klima-Automatik haben wir im Komfort-Modus. Wir können aber alles anders hier auch wählen. Da haben wir hier so einen kleinen Schalter. Den seht ihr gleich noch. Da können wir hier zwischen Komfort, Eco zum Beispiel. Wir können dann hoch tippen. Dann haben wir den im Sport-Modus, den Wagen. Und wir haben da natürlich nochmal den Sport-Plus-Modus. Ja, das muss man mit dem Fahrrad ausprobieren. Was dann da am liebsten ist. Ich denke mal, zum Benz passt ganz gut Komfort. Gut, das war es nochmal vom System. Das ist natürlich nur eine kleine Ansicht vom System. Das System natürlich noch eine Menge mehr zu bieten. Ich würde aber trotzdem das größere Command nehmen wahrscheinlich. Aber macht sich auch ganz gut hier das Kleine. Gut, darunter haben wir drei Lüftungsdüsen. Die sind schön gemacht. So ein bisschen im Turbinen-Design. Lassen sich hier öffnen und schließen mit diesem Dreh hier dran. Wir können hier alles verstellen. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Und klickt auch sehr satt ein. Also Qualität ist wirklich sehr schön hier. Da drunter kann man die Klima-Automatik natürlich bedienen. Mit dieser Schalterleiste hier. Das sind alles so nur kleinen Kippschalter, die auch schön geriffelt sind. Hier nochmal richtig schön aussehen. Ja, das finde ich wirklich schön, muss ich sagen. Wir haben keine normale Einstellung wie bei anderen Fahrzeugen mit Drehreglern. Sondern hier mit diesen Reglern. Wir können zum Beispiel hier die Temperatur regeln. Das seht ihr dann auch alles hier oben im Navi-Display. Da ist nur eine kleine Leiste dafür gedacht. Und wir haben ja auch das komplette Klimamenü. Da können wir hier reingehen. Da sehen wir das Ganze auch nochmal hier im Navi-Display. Da drunter haben wir dann natürlich nochmal die Einheit für das Navi-System. Oder besser gesagt die Steuerung. Da können wir hier die Quellen nochmal direkt anwählen. Wenn wir ins Radio wollen, können wir hier nochmal anwählen. Wir haben hier oben den CD-Schacht einmal. Wir haben den Beifahrer-Airbag. Der ist gerade ausgeschaltet. Diese Warnlampe dafür. Und natürlich hier nochmal die Warm-Blinkanlage. Die ist ziemlich versteckt, finde ich. Das ist ziemlich unten in der Ecke hier. Wenn man natürlich schnell fährt auf der Autobahn, es kommt ein Stau, man möchte die anderen warnen. Das ist natürlich besser, wenn man direkt in der Mitte hier hat. Ist hier nicht drin. Wir haben die hier unten. Aber ich denke mal, wenn man den Wagen ein paar Monate fährt oder ein paar Wochen schon, da gewöhnt man sich ganz gut dran. Gut, hier vor dem Schalthebel haben wir ein Ablagefach. Das ist kein Aschenbecher zum Glück. Wir haben hier daneben aber einen 12-Volt-Anschluss. Da können wir ja die Immobiliengeräte zum Beispiel mal laden. Gut, wir haben hier das Schaltgetriebe natürlich. Ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Ich habe euch ja schon gesagt, normalerweise würde das Ganze ein bisschen anders aussehen in der Mittelkonsole, wenn wir eine Automatik hätten. Wir haben hier aber einen Schalter. So, ich schalte ihn mal durch. Wir haben 6 Gänge, die sich auch ganz gut schalten lassen. Mehr werde ich dazu mal mit dem Fahreindruck sagen. Der Rückwärtsgang ist ganz links auf der nächsten Welle und einmal nach oben. So. Daneben haben wir hier noch verschiedene Tasten. Das ist hier einmal die Lautstärke für das Audiosystem. Wir haben hier, kann man das Audiosystem auch einschalten. Dann haben wir diese On-Taste hier drunter. Dann haben wir hier den Start-Stop-Button. Das können wir hier drüber ausschalten. Wir haben hier drüben Agility Select. Das ist dieser Fahrmodi-Schalter. Dieser VIP-Schalter quasi. Und darunter können wir auch nochmal die Einparkhilfe ausschalten. Gott. Ansonsten haben wir hier natürlich die Bedienmöglichkeit für das Navi-System. Habe ich euch schon mal gezeigt. Mit dem Touchpad da drüber. Daneben haben wir hier einmal mein Handy drin. Das nehme ich mal aus. Da haben wir hier so mal einen Cup-Holder. Den hat auch der Abstandshalter hier. Das suche ich natürlich mal wieder aus. Wir haben hier diese kleine Flasche wieder. Die passt hier sehr gut rein. Ich denke mal, da passt auch eine größere Flasche noch rein. So, dann haben wir hier in der Mitte die Armlehne, die relativ breit ist. Da ist für beide Mitfahrer genug Platz. Die ist hier auch nochmal zu öffnen. Da haben wir hier ein großes Ablagefach, was auch schön mit Filz ausgekleidet ist. Und darüber haben wir auch so eine Art Kunstleder. So, zu den Sitzen natürlich nochmal ein paar Worte. Wir haben hier schöne sportliche Sitze, die aus der AMG-Line. Wir haben hier verstärkte Seitenwangen. Das finde ich sehr schön. Die sitzen sich also richtig gut. Wir haben auch, was ich unbedingt immer haben möchte, eine aussehbare Oberschenkelauflage. Das finde ich nochmal richtig schön. Gut. Türblende. Wir schauen uns mal die Fächer an natürlich. Nehme ich mal die Flasche wieder zur Hilfe hier. Das passt hier so rein. Ich habe da meine Notizen dahinter reingepackt. Und hier die Flasche, die ist sogar ein bisschen verloren da drin. Da kann man, denke ich mal, auch noch eine gut eine größere Flasche unterbringen. Auf der linken Seite sieht das natürlich genauso aus. Da ist die aktuell drin. Ja. Und alles ist auch ganz gut gummiert hier unten. Und hier ist nochmal so ein bisschen Filz dran. Also da klappert auch nicht viel rum. So. Gut. Wir schauen mal hier oben. Da ist so weiter erstmal nichts. Wir haben aber natürlich einen Innenspiegel. Dieser ist bei uns manuell abblendbar. Da drüber haben wir einen schönen schwarzen Dachhimmel. Das sieht richtig schön aus, wie ich finde. Natürlich die AMG-Line merkt man da wieder. Wir haben hier die Innenbeleuchtung. Auch alles schön mit LEDs ausgeführt. Ich mache die mal an, dann seht ihr das alles. Genau. Schöne warmweiße LEDs drin. Das lässt sich hier oben alles steuern. Wir haben zusätzlich auch nochmal so eine Art SOS-Knopf. Da drunter haben wir hier ein Sonnenbrillenfach. Auch schön mit Filz ausgekleidet. Das finde ich immer wichtig, dass man so einen geeigneten Fächer dafür hat. Sonst fliegt das ja alles im Auto rum und staubt ein. So. Dann haben wir hier die Sonnenblende natürlich. Wir haben hier so einen kleinen Tickethalter an der Seite dran. Wir haben hier dann natürlich nochmal den Schminkspiegel, der hier auch mit einer LED oben beleuchtet ist. Wir haben in dieser C-Klasse hier auch nochmal eine richtig schöne rote Gurte. Das sieht richtig sportlich aus und passt sehr schön zur AMG-Line. Ihr bekommt die Kombi-Version der C-Klasse, also das T-Modell, ab 33.000 Euro, wenn ihr den Wagen neu kaufen wollt. Dann hat das Auto drin natürlich ein Radiosystem mit Bildschirm und auch schon die Klimaautomatik. Welche Extras würde ich dann auf jeden Fall ankreuzen? Auf jeden Fall gehört in einem Mercedes für mich ein Tempomat. Der Tempomat kostet 321 Euro Aufpreis. Was auch noch sehr wichtig ist und sehr praktisch ist, finde ich, das ist Agility Select. Das haben wir in diesem Fahrzeug ja drin. Das ist die Einstellung für einen Motor, für die Lenkung zum Beispiel. Da kann man so ein bisschen spreizen, Komfort oder Sport zum Beispiel. Das kostet auch ganz günstige 190 Euro Aufpreis. Das macht natürlich auch noch mehr Sinn, wenn wir die Airmatic wählen. Es gibt in diesem Fahrzeug hier, dank der modularen Hinterradantriebsarchitektur, ein Airmatic-System. Das hat auch die E-Klasse zum Beispiel, also ein Luftfahrwerk. Auf jeden Fall habe ich mich verliebt in das gute Burmester Sound-System. Das kostet auch relativ vertretbare 900 Euro ungefähr Aufpreis und geht in Ordnung, also bleibt unter 1.000 Euro. Für den guten Klang würde ich das auf jeden Fall wählen. LED-Scheinwerfer kosten dann 1.000 Euro Aufpreis. Ich würde aber eigentlich gleich das Intelligent-Light-System nehmen. Das kostet 1.700 Euro. Und für die Optik noch was Schönes. Wir haben ja hier die AMG-Line. Ich finde, so sieht die C-Klasse einfach am besten aus. Das kostet aber ganze 2.700 Euro Aufpreis. Das muss die Optik einem erstmal wert sein. Eine etwas kuriose Sache in der Aufpreisliste fand ich, denn es gibt die Distronic, also quasi die Abstandstempomat, den gibt es nur in Verbindung mit Automatik, den gibt es nicht in Verbindung mit dem Schaltgetriebe. Finde ich sehr schade. So, dann schauen wir doch mal, wie man in dem 4,70 Meter langen Kombi hinten sitzen kann. Wir öffnen mal die Türen. Das Einstiegsfenster ist nicht riesig, aber man kommt, denke ich mal, ganz gut rein. So, die Rücksitzbank ist relativ tief, aber wir können die Tür dann natürlich ganz simpel schließen. Gut, dann entdecken wir mal zusammen den Innenraum. Erstmal schauen wir uns mal hier die Platzverhältnisse an in dem 4,70 Meter langen Kombi. Und ich finde, das geht besser in Ordnung, als ich dachte. Ich dachte, da die C-Klasse ja eher so ein Lifestyle-Kombi ist, hat man hinten nicht ganz so viel Platz. Aber ich finde, das geht in Ordnung. Wir haben hier vor den Knien ungefähr noch 15 Zentimeter Platz. Ich bin 1,80 Meter groß, habe den Ballfahrersitz jetzt auf meine Größe justiert und ich finde, das geht in Ordnung. Wir können die Schuhe hier oder die Füße hier drunter auch noch schön runterschieben und dann kann man hier wirklich schön sitzen. Gut. In der Seite ebenfalls und auch am Dach habe ich noch gut hier mehr als eine Faust Platz. Das geht auch in Ordnung. Gut. Wir haben hinten natürlich auch die schönen Lederpolster. Das sieht alles richtig schön aus und natürlich auch, wie ihr hier seht, die roten Gurte. So, dann schauen wir uns aber natürlich wie immer die Funktionen hier hinten an. Wir haben hier einmal diese Kartentaschen oder diese Ablagetaschen. Dann haben wir natürlich auch die richtig schöne Qualität und Optik hier hinten. Wir haben hier auch diese Kunstleder, diese Kunstlederart mit so einer Naht drin. Dann auch die schöne Interieurleiste. Natürlich auch hier schön mit dem Burmester-Soundsystem. Wir haben denselben schönen Chromtüröffner und hinten natürlich auch elektrische Fensterheber. Wir haben hier oben natürlich die Angstgriffe. Die kennt ihr schon aus allen möglichen Reviews. In diesen Angstgriffen haben wir hier nochmal so einen kleinen Sakkohalter drin und auch hier eine Innenraumbeleuchtung, die sich auch extra schalten lässt. Finde ich auch sehr schön, dass die an der Seite ist. So kann man das wirklich gut als Leselöschte benutzen. Hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich glaube eher nicht, haben wir hier auch nochmal so eine Halterung für das Gepäcknetz. Gut, wir haben in der Mitte dann noch hier eine Mittelarmlehne. Die hat, wie ich sehe, hier auch ein Fach. Genau, das kann man hier öffnen. Auch schön mit Filz ausgekleidet. Und da vorne, würde ich vermuten, genau schön sind zwei Cup Holder drin. Da kann man auch gut größere Flaschen unterbringen. Ja, schön gemacht. Wir haben hier aber, wie ich sehe, meine ich keine Durchreiche, aber das schauen wir uns im Kofferraum nochmal genauer an. Gut, die Gurtpeitschen hier außen sind starr. In der Mitte sind die Gurtpeitschen lose. Aber natürlich, was schaue ich mir an? Ich schaue mir an, wie man in der Mitte sitzen kann. Und ich merke, ich muss meine Füße schon ein bisschen enger sortieren, denn wir haben natürlich hier einen breiteren Mitteltunnel. Der Wagen hat den Heckantrieb. So, dadurch würde ich den Außensitzenden auch ein bisschen auf die Nerven gehen, weil ich hier die Schuhe halt doch sehr in dem Fußraum habe. Und ich sitze aber nicht ganz auf den Gurtpeitschen. Das würde eigentlich noch gehen hier hinten. Aber halt vom Fußraum her ist es relativ knapp. Aber, ja, das geht in Ordnung. Für eine kürzere Strecke kann man das vielleicht machen. Hier hinten haben wir natürlich auch zwei Luftausströmer für die Klimaautomatik. Und darunter befindet sich auch noch ein Fach. Relativ wichtig ist beim Kombi natürlich auch der Kofferraum. Den öffnen wir hier einfach mal manuell. Wir haben ja eine manuelle Heckklappe. Es gibt natürlich auch eine elektrische Bestellbahn. Wir haben ein Kofferraumvolumen von 490 bis 1510 Liter. Das ist nicht riesig, aber wir wissen ja, das T-Modell als C-Klasse ist natürlich eher so ein Lifestyle-Kombi. Wir haben trotzdem alles sehr schön gemacht hier drin. Wir haben natürlich eine schöne Kofferraumauskleidung. Hier ist nochmal so eine Matte drunter. Wir haben hier drunter nochmal ein extra Ablagefach. Da können wir noch verschiedene Sachen verstauen. Wir haben eine schöne Huda-Ablage hier, die sich gut bedienen lässt. Wir können die einmal antippen, dann fällt die einmal nach oben. Wir können Sachen einladen und die dann wieder nach unten packen oder natürlich auch ganz nach hinten fahren. Wir können auch ganz praktisch von hier hinten aus direkt die Rücksitze umlegen mit diesen Tasten hier. Einmal auf der linken Seite und natürlich auch nochmal auf der rechten Seite. So, willkommen beim Fahreindruck mit der Mercedes C-Klasse A200 CDI. So, wir haben ja, wie ich schon eingangs erwähnt habe beim Motor, ein Renault-Triebwerk. Jetzt ist natürlich die Frage bei den Puristen, oh Gott, ein Renault-Motor in einer Mercedes, geht das gut? Ich finde ja. Gerade in dieser Kombination hier, der Motor ist sicherlich nicht zum Sprinten gemacht und auch nicht zum großen Schnellfahren. Dafür gibt es ja immer noch die AMG-Modelle, sage ich mal, und die größeren Benziner zum Beispiel. Aber gerade so ein Spritzsparender Motor hier wie dieser 200 CDI ist eine gute Variante, den von einem anderen Hersteller dazu zu kaufen, sage ich mal. Gerade weil es ja nochmal kostensparender ist. Er zieht auch ganz gut. Ich bin jetzt hier so ein bisschen gefahren den Wagen. Wir haben ja das Schaltgetriebe, was für den Mercedes natürlich erst mal ein bisschen kurios ist, weil die meisten Mercedes fahren ja mit einem Automatikgetriebe durch die Gegend. Aber das geht auch, das macht seine Sache auch ganz gut. Er mahnt mich auch hier oft zum Hochschalten an, sage ich mal, jetzt fahre ich im 5. bei guten 60 kmh. Also, er soll damit sehr viel Sprit sparen. Nun, auf den ersten Metern merke ich hier, das Fahrwerk ist, trotz der Tatsache, dass es ein Sportfahrwerk ist, der von der AMG-Line, finde ich eine sehr, sehr gute Variante. Also, man hat hier eine sehr komfortable Grundeinstellung, sage ich mal, und man kann damit wirklich gut leben. Also, gerade die Sportversion ist damit nicht zu hart, finde ich. Das kann man machen. Auch das Schaltgetriebe, was ja nicht wirklich zum Benz passt, wie ich eben gesagt habe, macht seine Sache ganz in Ordnung. Also, ich habe jetzt noch kein großes Hakeln erlebt, zum Beispiel, bei dem Auto. Das war früher bei Mercedes immer so, da konnte man ja kaum einen Schalter kaufen, weil die Schaltgetriebe immer so hakelig waren. Also, das finde ich, geht in Ordnung hier und ist gar nicht so schlimm. Nach ein paar Metern hier, wo ich gerade fahre, fällt mir auf, dass die Lenkung wirklich sehr gut ist. Die ist, vermindert einen guten Fahrbahnkontakt, ist aber dann hier im Komfortmodus natürlich eher komfortabel gestaltet. Wir haben natürlich keine sportliche, zackige Lenkung. Das wird aber anders, wenn man in den Sportmodus schaltet, dann fühlt sich das schon komplett anders an. Natürlich sind auch verschiedene Assistenzsysteme bestellbar bei der Mercedes C-Klasse. Man ist leider nur ein bisschen eingeschränkt, wie gesagt, wenn man ein Fahrzeug mit einem Schaltgetriebe nimmt. Weil ich mag besonders das System Distronic Plus, also das System, wo der Abstand automatisch gehalten wird vom Tempomaten. Das gibt es nur in Verbindung mit dem Automatikgetriebe. Finde ich sehr schade, warum das nicht bestellbar ist in Verbindung mit dem Schaltgetriebe. Andere Hersteller können das auch. VW zum Beispiel, das ist gar kein Problem. Da kann man das System ACC da genauso mitbestellen bei dem Schalter. Macht natürlich beim Automatikauto noch ein bisschen mehr Sinn. Aber warum ist es hier beim Schalter nicht verfügbar? Finde ich schade, aber daran sieht man, die meisten Bands fahren eben vor mit dem Automatikgetriebe. Immer wieder überraschend tun mich auch die Sitze jetzt. Gerade so beim etwas schnelleren Fahren auf Landstraßen oder so haben die einen guten Seiten halt wirklich. Haben auch ein schönes Leder, das sitzt sich sehr angenehm, wie ich finde. Die Sitzheizung ist auch relativ ordentlich, muss ich sagen. Da gibt es auch immer so Unterschiede, ob die jetzt großkräftig ist oder eher so lauwarm. Das finde ich ganz gut. Die ist wirklich ordentlich. Ich habe die jetzt in zweiter Stufe hier zum Beispiel und müsste nicht unbedingt höher einstellen. Was man bei diesem Testwagen hier natürlich auch nicht vergessen darf, ist die Tatsache, dass das Auto ja schon über 180.000 Kilometer gelaufen ist. Und dafür fährt der Wagen wirklich noch richtig gut. Da merkt man die Mercedes-Qualität wieder. Das ist nicht nur eine Anfahrsqualität im Innenraum zum Beispiel, sondern das ist auch eine Sache der Langzeitqualität. Wie das Fahrzeug quasi sich im Alter verhält. Wie lange man den fahren kann. Und das ist hier wirklich gegeben, wie ich finde. Man kann den Wagen auch noch mit einem großen Kilometerstand kaufen. Gerade wenn der nur ein paar Jahre alt ist, ist der wirklich viel auf der Autobahn bewegt worden zum Beispiel. Da kann man den Wagen wirklich noch gut kaufen mit ein paar Kilometern. Mir persönlich gefällt die C-Klasse der aktuellen Generation richtig gut. Wir haben natürlich ein Design, was nicht sehr klassisch ist, aber ich finde es erfrischend neu und finde es gut, dass Mercedes den Weg damals gegangen ist. Ich würde auf jeden Fall auf etwas Ausstattung achten, denn viele Dienstwagen oder viele ehemalige Dienstwagen sind auch noch mit Halogen-Scheinwerfern im Handel erhältlich. Die würde ich nicht unbedingt wählen. Aber zum Beispiel diese C-Klasse hier ist eine gute Variante, wenn ihr zwar eine schöne Optik haben wollt mit der schönen AMG-Line, aber auch trotzdem spurtsparend unterwegs sein wollt. Und damit tut auch der Renault-Motor, wie ich finde, keinen Abbruch. Dieses Auto hier steht, wie ich eingangs schon erwähnt habe, beim DAT Auto Huss in Berlin-Hoppegarten. Dahin schon mal ein vielen Dank für die große Unterstützung zum Filmen. Aber jetzt sagt mir mal, wie findet ihr die neue C-Klasse? Findet ihr die neuen Mercedes-Benz besser oder eher die klassischen?